ich grüße dich mein name ist torben schumann und ich glaube ich habe mich noch gar nicht wirklich bei dir vorgestellt das möchte ich jetzt auf jeden fall an dieser stelle nachholen und möchte mal etwas über meine persönliche geschichte erzählen dass du mich auch mal persönlich in meiner tiefe kennenlernst wie bin ich zum heilpraktiker geworden und das ist bei mir ein relativ langer weg gewesen angefangen hat alles mit der studienzeit ich bin damals gereist ich war damals nach dem abitur bin ich durch die welt gereist und habe dann dort gearbeitet und einfach mit mich mit menschen unterhalten neues kennengelernt und bei mir war immer relativ schnell klar ich wollte irgendwas mit naturwissenschaften machen das hatte mich auch schon im studium während meines abiturs während meiner schulzeit fasziniert biologie chemie das fand ich immer total spannend und das war was wo ich mir das so vorstellen konnte ich wusste nicht ob ich das packe ich wusste nicht ob ich ob ich intelligent genug dafür bin ich wusste nicht ob ich das hinkriege aber das hat mich immer schon gereizt auch sprachen hat mich gereizt japanologie fand ich spannend philosophie all solche dinge das waren studienfächer die mich total fasziniert haben ich bin dann irgendwann nach hause gekommen habe dann mit meinen eltern geredet und wie das so oft so ist mein vater war gar nicht begeistert von meinen wünschen mein vater das muss man dazu sagen ist lehrer an einer schule und der sagte dann also naturwissenschaften das ist brotlose kunst und dann so japanologie philosophie da kannst du nichts mit verdienen später und ich dachte erst mal so ja okay er sagte ja die absolventen bei uns die dann biologie studiert haben oder chemie sind alle arbeitslos aus denen ist nichts geworden das war natürlich ich war noch jung man ist doch beeinflussbar und dann sitzt man da denkt sie ja gut irgendwie geld verdienen musst du ja auch da kannst du auch nicht irgendwie von der luft leben man hat sofort diese existenzängste da läuft sofort so eine kaskade ab und ich sage okay dann mache ich bwl dann studiere ich bwl habe mich für bwl eingeschrieben und dann zwei semester durchgehalten ich habe zwei semester bwl studiert und dann gesagt nee okay noch mal von vorne das mache ich auf gar keinen fall aber ich war immer noch in diesem film drin du musst was machen mit hohem sozialstatus du musst was machen wo du später geld mit verdienen kannst wo alle leute sagen boah toll dass du das gemacht hast also war bei mir weil ich wusste medizinstudium da kam ich mit meinem nc nicht dran da war ich weit von entfernt hier so ein 1,0 schnitt zu haben da wusste ich dass keine möglichkeit also jurastudium ich habe mich eingeschrieben fürs jurastudium habe viel viel freude daran gehabt am anfang auch richtig dafür gebrannt das hat mir richtig spaß gemacht aber dann mein erstes praktikum gehabt und das hatte ich im justizariat an der universität an der ich war dann sehr schnell gelernt so willst du nicht arbeiten das ist auch überhaupt nicht seins du hast nichts mit menschen zu tun du schaust immer in deinen akten blätterst blätterst schreibst 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 liest du siehst ab und zu mal menschen mit dem redest du mal kurz aber so in der tiefe erfasst du diesen menschen auch nicht und ich wollte den menschen mit dem herzen spüren und nicht immer nur mit dem kopf erfassen ich habe während meines studiums also schon sehr schnell andere dinge getan ich hatte immer freude unterrichten schon in der schule so als nachhilfelehrer oder als gitarrenlehrer hatte ich immer viel freude dran und da gab es dann die möglichkeit dass ein dozent gesagt hat ja passt auf eigentlich dürfen das nur absolventen mit ersten staatsexamen aber ich gebe dir oder euch die möglichkeit diejenigen die gute noten bei mir schreiben die gut dabei sind die dürfen auch schon arbeitsgemeinschaften in meinem fach unterrichten da war ich mit dabei und ich durfte da dann schon jüngere semester unterrichten im fach kriminologie fand ich super spannend hat mir riesig spaß gemacht und da habe ich auch das erste mal meine freude am unterrichten da war so richtig gespürt ich konnte frei arbeiten wir waren in einem tollen team und da habe ich gemerkt das gibt mir richtig power da habe ich auch spaß dran ich durfte noch als tutor arbeiten also jungen studenten dann das jurastudium näher bringen du siehst ich hatte da durchaus freude und das hat mir durchaus spaß gemacht in diesem moment noch das war alles noch vor meinem praktikum auch als schulungsleiter im bereich e-learning habe ich gearbeitet deshalb spreche ich hier heute zu dir ich bin sondern ich brenne für e-learning das ist so mein baby das ist mein ding ich bin sogar so jemand der so weit geht und sagt ich bin der meinung dass der online unterricht in dem präsenz unterricht sogar in vielen bereichen überlegen ist nicht in allen bereichen aber in vielen bereichen überlegen ist zumindest aber sehr sehr nah dran kommt deshalb sehen wir uns jetzt gerade auch nicht physisch sondern hier auf einer virtuellen ebene ich bin dann aber irgendwann nach diesem praktikum in so ein loch gefallen ich wusste dass das ist es nicht so möchte ich nicht arbeiten ich war schon relativ nah vorm staatsexamen ich war schon im repeat beim repetitor hatte mich schon sehr nah auf staatsexamen vorbereitet habe dann irgendwann entschieden so da fehlt mir die freude ich musste mich wirklich prügeln aufzustehen ich war in der totalen depressiven episode da ging gar nichts mehr irgendwann hatte ich an der uni irgendwann dann zum repetitor gegangen da hing dann ein plakat für jurastudierende wir bieten an eine obduktion ich sagte so eine obduktion naja warum nicht spannend warum nicht gucke ich mir mal an kostete nichts man konnte sich anmelden es war noch plätze frei dann sind wir als uniklinikum in essen gefahren und ich durfte live bei einer obduktion dabei sein und das hat bei mir wieder so ein feuer entfacht das war das erste mal seit monaten seit jahren dass ich wieder leuchtenden augen hatte dass ich wieder feuer gespürt habe wir hatten einen ganz tollen professor der hier diese obduktion vorgenommen hatte der uns nah ran geholt hat ich wusste ja nicht ist das überhaupt was für mich so eine leiche vor sich zu sehen die aufgeschnitten wird das ist nicht für jeden was aber da habe ich das dann wieder diese liebe zur naturwissenschaft gespürt dann gemerkt so okay das ist das was du machen möchtest ich habe dann relativ zügig gesagt jura zack möchte ich abbrechen auch wenn ich kurz vor dem examen meine eltern gesagt das kannst du nicht machen torben du bist so kurz vor dem staatsexamen hol dir doch wenigstens den abschluss dann kannst du was damit machen ich habe gesagt ich will nichts machen ich war inzwischen schon älter habe gesagt nein ich möchte jetzt meinen weg gehen und möchte jetzt meine eigenen entscheidungen treffen ich wusste zu dem zeitpunkt noch nicht was ich machen möchte habe mich dann einfach angemeldet weil ich irgendwo geld verdienen musste in einer behindertenassistenz und in einer behindertenpflege bei einer einrichtung hier in bochum und habe dann dort behinderte gepflegt und war behinderte im alltag begleitet und auch da wieder gemerkt sie hat diese körperliche arbeit diese nähe das liegt mir das ist meins durch meine lange meditationspraxis ich mache schon seit sehr vielen jahren sen meditation habe ich dann auch irgendwann für mich selbst reflektiert ja in diesen therapeutischen heilenden beruf möchtest du gehen du möchtest frei arbeiten du möchtest irgendwie mit menschen arbeiten du möchtest therapeutisch arbeiten weil in der behinderten assistenz und pflege kam man irgendwann nicht weiter man konnte die leute zwar in ihrem alltag unterstützen aber das war immer blieb immer gleich und ich wollte auch irgendetwas machen wo ich einen fortschritt sehe und dann bin ich irgendwann durch meine damalige freundin zwischen meine frau auf die heilpraktiker ausbildung gestoßen die hat zu diesem zeitpunkt mich für ihre heilpraktiker prüfung gelernt und ich habe mich an einer heilpraktiker schule eingeschrieben und habe innerhalb von zwei jahren meine prüfung gemacht und diese auch beim ersten anlauf bestanden ich hatte während dieser gesamten zeit freude und bock und feuer ich habe in einer lerngruppe gearbeitet habe auch hier dann wieder unterrichtet und das hat mir richtig spaß gemacht und schon zwei jahre später nachdem ich meine ausbildung gemacht habe bin ich in der lage meinen kompletten lebensunterhalt nur durch meine heilpraktiker ausbildung eher zu verdienen das ist bestimmt etwas was du immer wieder hörst als heilpraktiker da kannst du auch nichts verdienen die praxen laufen nicht das kann ich absolut nicht bestätigen sowohl meine praxis als auch die online schulung damit lässt sich definitiv auch geld verdienen damit lässt sich auch der lebensunterhalt bestreiten also es ist durchaus möglich als heilpraktiker erfolgreich zu sein und das ist was was ich dir auch mitgeben möchte das ist was was ich meinen schülern immer mitgeben möchte wenn ihr dafür brennt wenn das euer ding ist dann könnt ihr damit auch erfolgreich sein und meine aufgabe ist es dich an die hand zu nehmen durch diese ausbildung zu bringen und auch nach der prüfung noch weiter zu unterstützen wie ein system beizubringen wie du auch in der praxis erfolgreich arbeiten kannst und da nehme ich dich fest an die hand und führe dich hier durch alle irrungen und wirrungen das heißt also das sehe ich als meine persönliche aufgabe als als ich bin wie dein trainer möchte ich hier durch diese ausbildung hindurch manövrieren und bin auch später immer noch für dich da so viel zu mir ich würde mich freuen noch mehr von dir zu erfahren vielleicht sehen wir uns ja auch mal virtuell in unserem virtuellen klassenzimmer oder vielleicht sogar mal persönlich bei einer schulung oder ähnlichem wenn du dich weiter für die ausbildung interessiert schau dir gerne auch die anderen videos an wir sehen uns dann bis gleich